Name... Samo... Junge, was ist das für ein Geräusch? Junge, warum leckt das so? Da gab es so eine Einstellung, Multicore irgendwas. Junge, was für Multicore? Das Game ist scheiße, Mann! Oh mein Gott, der Typ, der nervt so mit seinem Staubsauger da! Oh mein Gott, das Game ist abgeschmiert! Hallo? Noah... Hallo, hallo, hörst du mich? Was geht? Hände hoch, du saftet. Was ist das denn für eine scheiße... Oh mein Gott, wie billig ist dieses Game? Was ist das denn für ein Müll? Ich bin tot. Warum hast du mich gekillt? Wie komme ich denn hier raus? Wie komme ich hier raus? Ähm, hier raus. Ach du Kacke, Junge. Wo bin ich hier gelandet, Junge? Was ist das denn für ein Müll hier? Alter, wie Kacke ist das Game? Junge, hör auf rumzuschießen, du dummer Sohn. Ich f*** deinen Arsch nicht. Wo hast du den Pistole überhaupt der? Ich im Kopf. Ich kann mir die Scheiße raus... Ich kann mir mal verraten, warum sie hier schießen. Der schießt hier einfach, Officer. Warum ist er nicht so hässlich? Wurden sie getroffen. Ja, ich wurde getroffen von dem Typen hier. Warum schießen sie auf... Könnt ihr mal verhaften? Warum schießen sie auf TV-Listen? Ich hab ihn verwechselt. Sie haben verwechselt. Sie haben verwechselt. Ihr habt mich verletzt. Mitkommen. 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 Einsteigen. Komm, Samo, komm. Wir machen Kohle. Einsteigen. Kohle? Ja, klar. Komm. Wo denn? Wo denn? Alter, wie hässlich bin ich bitte? Jetzt sind wir alle. Gewechselt das. Was ist denn jetzt passiert? Wie kacke ist dieses Game? Ich bin mit einem nirgendwo. Hey, Schnuckelmäuse, was geht? Schnuckelmäuse, was geht ab? Was geht ab? Was sagst du, Junge? Was geht, du Sohn? Ey. Ja? Was machen sie in meiner Karre? Komm. Problem. Was willst du, Alter, du Penner? Das ist meine Abi, Junge. Wie redest du, Junge? Jetzt schieb ich dich gleich in den Arsch. Fahr mal jetzt, Arschloch. Sonst hau ich dir direkt eine rein. Hey, hey. Hallo. Bleib stehen. Nimm mich mit. Nimm mich mit, Arschloch. Ey, was schmeißt du mich raus, du ... Dreckiger Peach. Fahr los, Homie. Bro, kannst du mich bitte zum Flughafen bringen? Richtig. Wie heißt du eigentlich? Joe. Joe, das hört sich ja richtig in der Scheiße an. Ey, Joe, du ... Sohn. Joe, du ... Sohn. Ich hab mich rausgeschmissen, der ... Sohn. Junge, was ist das für ein Kack-Game, Alter? Hier, guck mal. Ja, jetzt hab ich keine ... Oh, oh. Scheiße. Ah! Bist du tot? Ja. Was ist denn da los? Wo hast du ihn gekillt, Alter, du Arschloch? Wie bitte? Wie ein Arschloch. Er hat gerade den Mitmenschen umgebracht. Ach, hat er das? Ja, hat er. Oh, verlaub mir. Ja! Schnapp ihn dir, Tiger. Schnapp ihn dir, Tiger. Schnapp ihn dir. Schnapp ihn dir. Schnapp ihn dir. Schnapp ihn dir. Wie Kack ist das, ey? Hörp ihn dir. Hörp ihn dir. Rah, wir tot. Chill, 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 chill. Escobar, verpiss dich mal. Ah, Anik. Ach, hörp ich wie Kacke. Ach, bin so Kacke. Alter, was hat das für ein Kack-Game. Clypfer, du bleibst, zeigst ihn. Welcher bist du? Welcher bist du? Du bleibst, zeigst ihn. Wo du's ja eh's geändert. Kille ihn mal. Bezahl ihm mal jetzt. Anik, ich liebe deine Mutter nur ab. Ah! Da greift einfach unschuldige Mensch, guck mal schon wieder, was soll das? Anik, Hilfe! Ich schau ab, Bruder, das ist ja was kacke. Sohnemann, wo bist du mein Sohnemann? Jungs, was geht? Sohnemann, was verschwunden ist, Leute? Jungs, Bro, was geht, Bruder? Warum schlägst du den jetzt tot? Hey, f*** dich, du h*** Sohn. Ey, ich wurde ein Zimmer, das war Spaß. Komm, du gegen mich. Komm, trau dich, trau dich. Komm, du gegen mich. Was willst du? Du gegen mich, Mann gegen Mann. Komm her, komm. Nein, keine Waffe, Bruder, keine Waffe. Alter, was soll das? Das ist voll scheiße, wenn ich keine Waffen habe. Wo krieg ich die Waffen her? Die musst du kaufen. Habt ihr Waffe? Hast du Waffe für mich? Hast du Waffe? Bruder? Hast du Waffe, Bruder? Ey, Bruder, hast du eine Pistole für mich, bitte? Kann ich kaufen? Ich arbeite auch dafür, bitte. Bitte? Bitte, bitte, Bruder. Hast du nicht auch eine? Ich habe keine, Bruder. Ich bin neu. Jeder kriegt eine. Bitte, Bro, bitte, eine Pistole. Jeder kriegt eine Waffe. Bitte, Bruder, bitte. Jeder hat eine Pistole. Gib mir auch eine, Bruder, bitte. Willst du mir deinen Job geben? Willst du mir deinen Job geben? Das ist ein Auto-Penner. Der kommt wieder. Komm her, Lan. Hier, komm. Komm. Blöd? Komm her. Was ist denn mit Tim los? Dinger, wieso werde ich getätet? Was soll die Scheiße? Wie kacke ist dieses Game? Wie spielt denn sowas, Junge? Hey, du Pisser. Hier. Oh mein Gott, Alter. Was ist das für ein Bürgermeisterwahl? Komm her. Komm, kriegst du noch eine. Hilfe, 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 Hilfe. Komm her, du Lappen. Komm her, bist du frech geworden, hä? Hier. Kriegst du noch eine. Komm her. Du Lappen, du. Ja, dann will ich auch weg springen. Komm, wie kleiner friedlich. Oh, dieser... Herr Officer, er hat mich einfach angeschossen. Also mit den Fäusten. Können Sie mir eine Waffe geben, bitte? Officer, haben Sie eine Waffe für mich? Hallo? Was bist du denn für eine Gestalt? Was ist denn mit komischer Frage, Junge? Du hast Bock nicht über eine Waffe. Hast du das? Ja. Ich brauche Waffe, Bruder. Ich schläg's nicht, ja. Hör auf. Es ist das größte Müll-Game, Junge. Bruder, kannst du mir bitte eine Waffe geben, Bruder, bitte? Hallo, Samuel Jackson, stehen bleiben. Haben Sie bitte eine Pistole für mich? Nein, stehen bleiben. Warum denn? Ich habe gar nichts gemacht. Nein, das stimmt nicht, Bruder. Ich habe nichts gemacht, Bruder. Bitte. Bruder, ich habe nichts gemacht. Bruder, ich habe nichts gemacht. Bruder, ich habe nichts gemacht, hallo. Vielleicht eine Pistole. Echt? Ich habe aber gar nichts gemacht, ich bin neu, Bruder. Kommst du jetzt mal mit mir mit, bitte? Bruder, gib mal eine Pistole, bitte, Bruder. Komm schon, Bro. Bitte gib mir mal eine Pistole. Hallo, aufhören, wer seid ihr? Gib mal bitte eine Pistole, Bruder. Ich hoffe, du machst damit noch gute Sachen. Geil. Oh, nicht nicht Munition? Hallo, aufhören. Geil. Joby, was geht? Geil. Du bist der Beste, Mann. Ey, Kollege, sei nicht so frei, sonst gibt es Probleme, ja? Weiß Bescheid. Ey, benimm dich mal, ja? Ey, bezieh dich. Ey, mach mal nicht diese, ja? Ey, ich schläge es mich noch einmal, dann haben wir ein Problem, ja? Weiß Bescheid. Was mit denen? Was mit denen? Was mit denen? Was mit denen? Herr Officer, Herr Officer. Machen sie was. Er schlägt hier rum. Herr Officer, er schlägt hier rum. Machen sie was. Freundchen. Ey! Jawohl. Sie haben den. Endlich. Dann bitte, bitte, ich habe es gemacht. Nein, bitte, bitte. Lässt das Kunde auf, du Arschloch! Nein, der Officer kommt, der kommt. Ich schließe ab, ich schließe ab. Wie bist denn da? Oh Gott, hier haben wir ihn auch. Nein, ich bin taunt. Nein, ich bin taunt. Hör auf, ich habe eine Waffe, Bruder. Das war ein Missverständnis. Das war ein Missverständnis, Bro. Bitte, das war ein Missverständnis, Bruder. Bitte, Bruder. Eine Waffe. Bruder, bitte, ich flehe dich an eine Waffe. Ich fuhre alles dafür. Ich arbeite dafür. Bitte, mach keinen Scheiß. Ich habe ihn in den Strafzettel gegeben. Ja, ja, Bro, das war missverständlich. Bitte, bitte, Bro. Noah, unterlasse das, sonst werde ich die gleich. Ja, mache ich, aber kann ich meine Pistole bitte haben, Bruder? Ich werde nie wieder Unsinn machen, versprochen. Nein. Bitte. Bitte, Bro. Bitte. Nein, Sie haben auf mich geschossen. Nein, Bro, bitte. Bitte, Bro, der Kollege hat mich zuerst angeschossen. Nein, meine Waffe ist weg. Bitte, Bruder, bitte, Waffe. Noob, ich brauche eine Waffe. Bro, kriegst du eine Waffe? Was ist das? Ey. Na ja, ich habe nur Spaß gemacht. Ich habe nur Spaß. Chill, chill, bitte. Was ist das eigentlich für Opfer, dass die alle jetzt chillen die ganze Zeit wie Opfer? Ja, bleib mal bitte stehen oder ich helse dich. Ich f*** deine Mutter. Hey, Flaki kaputt. Aui, komm mal, Aui, komm mal, Aui. Aui, Aui, hast du ihn? Hast du ihn? Ich bin tot, ja, 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 ja. Noobimeister. Oh, Pisser, nächstes Mal bist du nicht so frech, du Pisser. Keine Ahnung, guck mal hier. Aui, Aui, Aui. Pass auf, das ist glaube ich ein Stopspieler. Sorry, Bruder, war nicht extra. Ich wollte nur einen Schlagzeug testen, Bruder, sorry. So was macht man nicht. Sorry, Bro, sorry, Bro. Das war nicht extra, Bruder. Das war nicht extra. Bruder, schlägst du mich hier, hier darfst du mich nicht schlagen. Jetzt gibt es eine Anzeige. Boah, geile Knick. Was machst du, Bruder, tschuldigung, Madala, was ist mit dir los? Bruder, alles cool, Bruder. Ich wollte nur was testen. Warum fliegst du mich? Ich bin so scheiß freiwillig, Bruder, da bin ich mal ehrlich. Pass auf, der nimmt mich doch fest. Du nimmst hier keinem fest, du Arsch, das war für eben. Was hat der da? Geld. Geld. Bro, ich brauche dringend eine Waffe, Bruder. Ich werde bedroht, kannst du mir bitte eine Waffe geben? Bitte, bitte, Waffe, Waffe. Bitte, Bruder, bitte, sehr wichtig. Bitte, Bro, bitte. Ja, ich kriege auch da was, ihr kriegt nix. Bitte, Bruder. Wir kriegen nix. Wir kriegen nix. Hey! Hey, warum, warum, warum mich? Ich habe ja gar nichts gemacht, Bruder. Ich habe gar nichts gemacht, Bruder. Ich will klären, friedlich, friedlich klären. Lass klären, lass klären, Bruder, lass klären. Herr Officer! Schlau, schlag ihn nicht. Bauer! Schlag ihn nicht. Es ist gewalttätig. Gewalttätig. Aha! Herr Officer, schnapp ihn dir, schnapp ihn dir. Bester Officer. Gewalttätiger Typ ist das. Der hat uns ganz einfach ohne Grund attackiert, der Officer. Die werden aber auch gesucht, der Herr. Ich? Warum? Ich habe nichts gemacht. Das war ja Notwehr, alles gut. Das war Notwehr, Bruder. Das war Notwehr. Kann ich mich gerne beim PD bewerben, Bruder? Nein. Wie nein, du kleines ... Geburtenkind? Nein, geh weg, geh weg. Komm, du Pläde, hau mir kaputt. Hast du eine Pistole für mich, Bruder? Nein, ich habe eine Pistole, aber auch eine Munition. Ja, okay, das wäre super, das wäre super, das wäre super. Das wäre super. Sehr cool. Du musst dir nur für zwei oder so eine große Muni kaufen. Hast du gar keine? Woher kriegt man eigentlich die Wache? Ich habe gar keine Muni. Ich habe das Game neu installiert, ich wusste nicht, dass man das nicht darf, weiß ich nicht meine. Ja, also, du denkst, Leute, lass mich doch bitte mal ausreden. Ja, Bruder, sorry, ich wusste das nicht. Ich habe hier diese Pistole, die habe ich mir eben gegönnt, so, von Officer, und ich dachte, damit kann ich den einen ausrauben, aber ich wusste nicht, dass ich das nicht darf. Ich unterlasse das natürlich in Zukunft. Ja gut, ich werde dir dann auf jeden Fall gleich mal die Regel öffnen. Hör auf damit, ich leg's in Officer. Was sind das denn für Regeln, hä? Du musst ja Regeln durchlegen, oder was? Du wirst jetzt gezwungen. Fünf Minuten lang? Fünf Minuten, du musst dir keine Ahnung gucken. Ich wurde gebannt. Wie, du wurdest gebannt? Ich wurde für Support, Alter, eben gebannt. Wie lange? Zwei Wochen. Samo. Ja, Bro, ja? So sieht man sich wieder. Es hat sich was anderes herausgestellt, und zwar hat sich herausgestellt, dass du eins, zwei, drei und mit deinem Kollegen vier Leute ohne Grund getötet hast. Nein, Bro, das ist... Und jetzt haben wir nicht mehr... Nein, Bro, ich habe doch eben gesagt, ich wusste nicht, dass man das darf. Sorry. Ich wusste das nicht. Ja, das schützt dich jetzt in dem Fall nicht vor der Strafe. Hättest du jetzt gesagt, okay, ich habe einen getötet, wusste ich, dass man das darf, jetzt bereue ich meinen Fehler, bla, bla, bla. Na, aber das war ja alles davor. Das war ja alles davor. Kein Problem. Das war ja alles davor. Ja, natürlich war das davor, aber du kannst... In irgendeiner Weise auch verpflichtet, ihn mit dem Regelwerk auseinanderzusetzen. Bis in einem gewissen Zeitpunkt kann ich das halt tolerieren, dein Unwissen, und bei einem gewissen Zeitpunkt kann ich es halt eben nicht mehr tolerieren. Und in dem Fall war es jetzt halt so, dass ich das nicht mehr tolerieren kann. W-w-was wäre denn meine Strafe? Und deine Strafe wäre jetzt in dem Fall dein Bann. Nein, Bruder, bitte nicht. Ich wollte ein bisschen zocken, Bro. Nee, kann ich nichts machen. Bitte, komm schon. Kann ich jetzt nichts mehr machen. Du kannst deinen Bannungsantrag machen. Warum redet eigentlich hier mein kleiner Sohn? Ich habe zwei Wochen mitgekommen, aber dann gehe ich dir mit Jojo. Charakter erstellen. Was ist das denn für eine Kecke, Alter? Wie hässlich. Charakternamen. Sabo. Jackson. Boah, da ist irgendwas. Was denn? Ist das jetzt so wie eine Einreise, dass man auf die Leute warten muss, oder was? Alter, wie hässlich der ist. Wie hässlich, Bruder, wie kacke ist das. Also, wie kacke das ist, wie kacke das aussieht. Was sind diese komischen Geräusche? Einer hat mich angenommen, er kommt, er kommt, er kommt. Ja, guten Tag, ich wollte gerne die Ausbildung absolvieren. Das hört sich schon ziemlich nach uns Stimmverzerr an, ja? Ja, ja, stimmt. Aber ich habe extra gemacht, weil es ein bisschen realistischer ist. Sergeant, dann wollen wir mal. Jedenfalls dann, die Chat-Comments sind halt... Habe ich alles schon durchgelesen. Ja, URC ist erstmal Out of Character. Ja, das weiß ich. IC ist im Charakter und so, ne? Das kenne ich alles. Ich bin schon jahrelang GTR auch am spielen. Ist ja das gleiche, ne? Mhm. Was ist das denn mit dem Bild? Macht euch ja am besten ein Foto davon. Habe ich Screenshot gemacht, das ist halt für Spiele, weißt du. Habt ihr ein Foto davon? Perfekt. Ja, ja, ist gemacht, ist gemacht. Foto ist gemacht. Perfekt. Samu, du Jachmenschaui, willkommen in Star Wars RP. Yo, es geht, Bruder. Jürgen, was ist das für ein Schwerzach haben wir nachkommen, Digga? Ist gar nicht auffällig oder so. Ja, ich weiß, dass du Samu ist. Ich wollte ein bisschen realistisch machen, Bruder, weiß ich mein. Ja, okay, viel Spaß, ne? Lutscher. Wie lange machst du dieses geile Star Wars RP? Star Wars RP? Keine Ahnung. RP mach ich allgemein nicht viel. RP ist ja auch ein bisschen komisch. Hast du Star Wars geguckt? Star Wars natürlich, natürlich. Star Wars größter Müll. Oh, hallo. Das ist der größte RP-Server, ne? Star Wars? Diesen mittleren Ding. Ey, du hältst die Fresse, wenn ich mit dem Sargent rede, ja? Oh, Anzeige. Wie hältst du dich, du bist, Alter? Jedenfalls, ich würde euch jetzt erstmal listen. Okay, Bruder, sehr stabil. Ich freue mich schon auf die Leute. Fünf Sterne? Dann kriegst du fünf Sterne direkt mal. Ey, danke dir, danke dir. Natürlich, Leute, gib dem Fünf Sterne, du Arschloch. Können wir auch Sachen spawnen? Was für Sachen spawnen, ich versuche dir gleich den Arsch, wenn du so weiter machst. Wir nehmen dich mal jetzt hier. Ach, Alter, das geht mir so hart zu dir. Guck, wie kacke das jetzt, wenn du in der Luft ruckst. Na, mein RP-Genosse? Oh, da ist der andere RP-Genosse. Aber was hat denn hier? Wie geht's Ihnen? Ich grüße Sie. Samur-erotik-RP-Spieler. Wo machen wir jetzt? Ey! Wo habe ich denn die Waffe? Du hast dir mehr Respekt hier. Wo habe ich denn die Waffe? Wir sind jetzt gelistet, ab geht's, wir müssen die RP machen. Du playst doch mal die Fresse, bitte. Deine Stimme kotzt mich gerade richtig an. Wir haben hier zwei sehr tollpatschige CTs. Ich grüße Sie. Können Sie bitte auf, hier rumzuschießen, Soldat? Ja, wie kann ich die Waffe wegpacken? Den Kommamuskel. Den Kommamuskel? Ja, natürlich den Kommamuskel. War nur ein Muskel-Missverständnis, wenn Sie verstehen. Mr. Wie kann ich es dir nennen? Nennen Sie mich einfach, Janowal. Was hat der für ein Sackgesicht, Junge? Guck mal, wie das leckt, Junge. So ein Kack-Game. Alter, so ein Mix-Game. Herr General, haben wir Befehle bezüglich DevCon 3? Ist das ein Kack-Game? Melden Sie sich bitte in Ihren Funk und da kriegen Sie dann Ihre Befehle. Okay, Herr General. Was ist ein Opfer? Ähm, Beta, komm mit. Ach, sein Scheiß-Game. Wie kacke das Game ist. Guck mal, wie kacke. Guck mal, wenn der Luft, wenn ein Dux das rausgeht. Die Waffe wird rausgeholt. Schussbereit. Ey, Bro, was ist denn hier? Was ist denn hier? Da könnt ihr Kleidung ändern. Was ist das denn für ein Scheiß? Ich bin bereit. Zeigen Sie sich bitte eine normale Uniform an, Private. Ihrem Rang entsprechend. Alter, wie kacke ist das? Wer spielt das? Die spielt das auf seriös oder was? Was ist das denn für ein Scheiß? Ist doch der richtige Durchfall, Junge. Alter, wie der doch ernst so redet und so ein richtiger Lappen. Wie das da leckt, alle mit Erro auf Kopf. Sergeant, ich bin bereit. Der General Odensack. So ein kack-RP. Ja, Gentlemen, haben wir hier noch Feindkontakt oder nicht? Zeltes, patrouillieren Sie durch die Basis. Wie geht's jetzt weiter, General? Patrouillieren Sie durch die Basis. Das, was Ihr Vorgesetzte gerade gesagt hat. Ja, okay. Wird gemacht. Was sind Lappen? Alter, wie kacke. Alter, ich bin da so echt auf ernst. RP? Meint ihr das ernst? Jungs, wann war mit denn hier scharf geschossen? Ich glaube, die anderen Einheiten haben schon für uns alles geklirrt. Ich glaube, wir kriegen das mehr. Kriegen wir nicht so eine geile Waffe wie euch? Woher kriegen wir die? Ja, das ist die DC-15A. Gucken Sie mal auf Ihren fünften Finger. Was soll das denn werden? Tut mir leid, tut mir leid. Bin ich wieder vollkommen. Das ist ein Lappen. Na, guten Tag, Commander. Guten Tag, Commander Arrow. Freunden Sie kurz mit Stacken kommen daher. Ja, okay, hör auf, ist er. Warum leckt das überhaupt alles so? Äh, nee, das ist gerade, weil die Event-Teamler hier gerade irgendwas machen. Den Event vorbereiten. Bei euch leckt er auch? Also fängt der Server an zu lecken. Ja, ich verstehe. Das ist aber scheiße. Äh, das ist eine Kollektion auf dem Discord. Wer sagt das so was scheiße? Ey, was ist das für ein Arschloch? Wer ist das hier? Warum sagt er, dass das Server scheiße ist? Beta, verpiss dich. Du Arschloch. Ey. Was ist denn hier? Nein, 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 beruhig dich, beruhig dich. Er hat den Server schlecht geredet. Ja, was wird das hier? Ja, ich hab's gehört. Der hat aber nicht gesagt, dass er Server schlecht ist. Ja, doch, der hat gesagt, Server ist scheiße. Deswegen hab ich ihn abgeknallt. Ja, das gibt euch keinen Grund, die man unter dem... Ich mach... Bruder, er hat den Server schlecht geredet. Er hat den OC-Talk gemacht und so. Er hat gesagt, Server ist scheiße. Wir müssen doch unsere Nation verteidigen. Wir können doch nicht zulassen, dass der Server hier beleidigt wird. Hier, der Orangene kann es bezeugen, stimmt's? Hallo? Man muss zugeklippt. Kann ich dich reden, oder was? Hört ihr mich nicht? Wollt ihr uns festnehmen, oder was? Nein. Bleiben Sie mal bitte für die STO stehen. Nein, sein Befehl. Ich weiß nicht, scheiße, ich will es festgenommen. Ich glaub, du darfst... Ich kann nicht mehr reden. Hallo, hört ihr nicht? Ich bringe ihn für Sie ins Gefängnis. Stehen bleiben. Private. Der Private First Class möchte das sehen. Meine Fresse, sind Sie behindert oder so? So, ich zeig diesen Mann an wegen Entführung und ebenfalls wegen Beleidigung. Ja, ja. Komm schnacken. Ja, warum redet der Orangene? Ist der Orangene eigentlich kein Adminer oder so? Ich glaub nicht. Ach, ist das auch ein Random Spieler? Ja, ja. Ach so. Das Ding hab ich Probleme bekommen, weil ich einen abgekallt habe. Hören Sie mal, ich hab das nur gemacht, weil er hier den Staat schlecht geredet hat. Sie entstammen alle derselben Personen. Sie sind alles Brüder. Sie sind alle miteinander verwandt. Sie können nicht einfach Ihren Bruder umschießen, weil ihm was hier nicht gefällt. Ich glaub, du hast den Schuss nicht gehört, hab ich das Gefühl. Wir müssen Ihre Haft absetzen. Nein, bitte nicht. Bitte nicht Haft. Das dauert doch viel zu lange. Nach Ihrem Vergehen, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, ist das der Mord an einem Bruder. Bitte nicht. Bei mir, ich hab nix gemacht, außer, außer, dass jetzt... Du Arschlingier, du Arschloch. Er hat mich dazu angestiftet. Er hat mich dazu angestiftet. Er hat angestiftet. Du dreckiger Samu. Sergeant, bitte, Sergeant, ich blase dir auch ein. Kennen Sie den Begriff, das klingt nach einem Dumproblem. Bitte, das kann man doch klären, das kann man doch alles klären. Wer ist denn der Hässlige? Das ist alles ein Missverständnis, alles ein Missverständnis. Oh, was sind das für Gefangene, Mord. Bitte, ich möchte nicht in den Knast, bitte. Rein in die Zelle mit Ihnen. Ja, ich hau ab. Oh Gott, warum flieht denn dieser Idiot? Hat er nicht anders verdient, sag ich Ihnen ehrlich. Wer flieht, der wird auch bestraft, ist ja logisch. Dann machen sie alte Ermuskel auf den Herrn mit Handschellen und dann verhaftere ich sie wieder. Ja. Oh, was geht denn da, Vorsicht? Ach du Heiliger. Den hast du es aber gegeben. Ja, sich hier hochjagen ist keine Option. Ich hoffe, dass Sie besser kooperieren. Natürlich, natürlich. Ich habe gemerkt, mit Ihnen ist kein gutes Kurschen an Sie. Ja, ich bin gleich. Ja, klar. Das ist ja heftige Kacke. Alter, das ist ja voll die Gefangene Scheiße. Das ist ja nicht normal, Junge. Ich weiß nicht, ob ein neues Charakter schon was bringt. Oh, ich bin frei. Ich bin frei, ich bin frei, ich bin frei. Ist das jetzt gestimmt? Was ist die, was ist die, was ist die? Ich suche nach dich. Ey, du Arschloch. Oh, mein Bester, das war's mit dir. Wie OP. Wir sehen uns. Ey, chill. Deine Kollegen bann dich dann auch, ne? Ey, ich habe gar nichts gemacht, Bruder. Hallo. Ich habe gebangen. Alter, wie gefangen. Das Game ist doch der größte Wichs. Habt ihr mal die Grafik gesehen, Alter? Wer zum Gottesnamen spielt denn diesen Wichs? Auf Ernst? Die machen da echt auf Xavos-Apple und so. Irgend so einen General-Hohn-Sack. Mit seiner Penis-Fresse. Dein Kopf sieht auf den Schwanz. Junge, wie Kacke. Wie Kacke, Junge. Einfach, selbst mein Handy, die Handy-Games haben bessere Grafik. Kannst du was auf Ernst spielen, Junge? Game hätte ich nicht mal vor 15 Jahren gespielt. Die Five-M-Gefangen sind ja nicht mal halb so schlimm. Die Five-M-Gefangen haben ja wenigstens so krasse Grafik. So krasse Grafik kann ich nicht mehr machen. Da sieht das Spiel ja so richtig realistisch und krass aus und so. Ihr habt irgendwelche Error auf Köpfe, Bruder. Das Game sieht aus wie Sperma.